So, wir sind jetzt in La Praita. Immer noch am Karibischen Meer. Keine Ahnung wie das hier sein wird, aber es sieht geil, einfach geil aus. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wind, nein, ich glaube nicht. Da muss die Stadt gut zulegen und sonst wird alles kacé kacé. Das ist die ganze Gruppe hier. Da hinten liegt Baraona und alles guti guti. Okay, bis gleich.